Hallo zusammen, mit denen ist das heute ein bisschen schwierig, aber wir kriegen es auch hin. Tag 9, Indien-Dienstreise. Wir haben gerade den Flughafen erreicht und verlassen die Vandrum, die Hauptstadt Keralas. Heute ist nicht mehr viel passiert. Wir haben nett gefrühstückt, gemütlich ausgecheckt, anschließend sind wir noch ein bisschen durch die Stadt hier gefahren, haben uns den Tempel angeguckt, aber nur von außen und den Palast angeguckt, aber nur von außen. War beides auch nicht so spannend. War beides nicht so spannend und beides auch geschlossen, aber hatten wir gar keine andere Chance. Und dann war es einfach zu warm, weil 32 Grad heute, viel Luftfeuchtigkeit und die Sonne scheint. Und dann ist dann auch nicht mehr lustig zum Shoppen in der Innenstadt. Also, wir sitzen in einem gekühlten Flughafen und unser Flug müsste auch gleich gehen. Das war's schon. Ja. So, my part in English, or fringlich, or how you will call it, our last day, or day 9, here in Bangalore, on our business trip, not Bangalore, Trivandrum. So, today, what we have done, not so many things, breakfast, without stress, many time for this, check out late, then go with the car to the city and watch there the palace and the temple. Was not so exciting, not so good. Yeah, it's a little bit different, the cities here on Kerala and Bangalore. So, today was our first day in the city and not near the beach, so a little bit different here. Yeah, and now we are standing here at the airport and waiting for our flight, which goes in half an hour. So, that's all for today. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.